In meinem Hypervenom Dream Team würde ich fünf Spieler nehmen. Das wäre wirklich gut zu spielen, zusammen mit Aubameyang. Seine Schnelligkeit ist unglaublich. Auch mit Thiago Alcantara, sein Napone-Pass für Sturma ist am besten was kann sein. Mit Neymar, von ihm einen Pass von der linken Seite bekommen, das wäre richtig gut. Mit Runei Napone zusammenspielen, das wäre vielleicht fantastisch. Und Isco, auch super Pass, super Drifting. Und mit Isco viel Spass mit ihm zusammenspielen. Mein Hypervenom Team ist Neymar. Er ist natürlich ein sehr scoffer Spieler. Er hat viele Schäden und hat viele Schäden. Er ist jemand, dass er auf dem Team ist. Daniel Sturridge ist jemand, ein guter Spieler. Er ist sehr imprägtabel und kann Schäden. Harry Kane ist der beste auf dem Team dieses Spiel. Er ist ein junger Englisch Spieler. Er ist wirklich spannend, dass er die Spiel der Team mit dir. Er ist viel Spaß bei mir im Team. Einer hat zum Fußball-Ein. Er ist für die Spiel-Ein. Er hat eine Kloos-Allen aufgesunken, Er hat auch viele Schäden in den World Cups. Er hat es bestimmt. My Hyperfenomen Team Team ist Neymar, wegen des Spiels und des Flair. Isko, wegen des Touches und des Abilities. Rooney, wegen des Aggressionen und des Goal-scoringen Abilities. Schneider, wegen des Abilities. Vision, Passing. Und Closer, wegen des Out-and-Out Goal-scoringes. My Hypervenom Team 2 is Cisco, por la técnica, la clase para jugar. Neymar, por también la técnica y la habilidad. Pedro, por la explosividad y también la técnica. Runei, por la disciplina y el sacrificio. Y condonear también por su despliegue dentro del campo y también su técnica. Gracias. Deja. Deja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.